hallo meine lieben freunde der rhythmischen sportgymnastik herzlich willkommen zu let's play dissona 2 folge 19 und hier ist schwer was los ja also wir waren doch am ende des letzten videos hier irgendwie in dem hinterbude hinterzimmer und 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 hier oben bekam ich dann plötzlich den hinweis dass ich dass ich zum vorführen muss da ist der vorführen das steht hier irgendwo erreiche die den retten sogar noch erreiche den vorführen oder also da ist der vorführen da bin ich jetzt schon ziemlich nahe und da ist ja das quatschen aufhören würde also da ist ja da muss ich da irgendwie darüber vorführen 18 meter das ist gleich davon und jetzt wollte ich da rein watscheln bin ich auch schon dann habe einen umgehauen dann kam aber gleich wieder so ein roboter dann bin ich schnell wieder zurückgewatschelt das ist der roboter wieder weg aber ich habe hier schon ein bisschen kleinholz gemacht also jetzt warte jetzt war so acht moment aber hoch da ist ja wieder warte es kommt ja wieder der scheiß roboter da ich will den erst mal weg kann kann ich den mit ich will den weg kann dann hätte ich weil die roboter kann man nur schwer also das heißt wenn man kommt wer will man kopf weg schießt dann vielleicht steckt sie unter einem tisch da kommt der scheiß roboter wieder ich will den anderen idioten weg da ist er hoch wir müssen etwas finden irgendwas ich will den reinziehen geht aber nicht jetzt müsste ich auch langsam auch mal nicht das ist ohne nehmen oder so warte alles kommt der oder jetzt habe ich den wenigstens umhauen kommt 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 jetzt habe ich sehen und jetzt muss ich schnell da zurück korte ach scheiß jetzt bin ich da kacke na gut muss doch noch mal probieren ja erschießen ich müsste immer schießen dann hätten wir den schon mal weg auch kommen das kann jetzt hier noch ein bisschen dauern ja das ist ja gut dass ich darunter folge oder ich schlecht darüber da steht da kann ich jetzt sind nicht ich habe ihn weg weil die schlagen auch immer alarm gut jetzt können wir speichern oder bei hat jetzt ist nur noch der tracks roboter wo ist der da hinten ist der vorführraum gespeichert haben wir gut ich muss ich mich da verstecken jetzt muss ich alle fünf meter speichern der ist weg lebt die lindern wir noch kommen das ist ja gut und ich muss da rein das kann doch nicht so schwer sein komm schnell rein schnell rein ah 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 und genau hoch jetzt kommt der wo muss ich jetzt sind zwei hat der muss ich jetzt hin zum vorfall haben da muss ich hin oder und ich sage jetzt dass das dass das gut ist schnell wieder rein wo wir haben alles ist gut na ja ich krieg flöhe ich will nicht mehr ich will ein anderes spiel soll ich die darunter gehen also sie sind da wieder gespeichert haben wir jetzt können wir mal ich soll jemandem trauen der sein gesicht verbirgt ja ja da stehen sie doch ich rufe um hilfe wenn sie nicht gehen aber wir haben jetzt muss ich da hin vorberaum die haben wir runter gehauen ja bin ich jetzt da drüben was ist da drüben jetzt speichere ich noch mal jetzt gehe ich noch mal in die küche war dann noch was zu essen worte gespeichert haben wir wenn ich die schlau kann ich die nicht schlafen legen die lege ich jetzt mal schlafen sonst holen die verstärkung genau die lege ich jetzt schlafen einmal im hafen zu schlafen weil da gibt es aber ja gut ich glaube ich bin drei zentimeter weiter speichern alles fünf sekunden speichern so jetzt kann ich hier habe ich habe ich klar klar das ist vielleicht wie hoch kann man das essen und da geht es vorbeirat sonst gibt es da nichts oder wie ich bin ganz aufgeregt was ist das schaue ich aber spaßes halber ob es da einfach mal zum spaß ob es da eine rune gibt so gut lassen mal weit reichen weil da kann ich mich zur not vielleicht irgendwo hin retten hat der was ich will ich will ich traue mich gar nicht weiter gespeichert haben wir oder da gibt es sonst nichts mehr mind my sensitive snow vision whistling wild cleaning da kann man nichts machen na gut freunde da sind wir raus gekommen ich traue mich nicht weil das sind da drüben komme ich da komme ich auch nicht hin oder doch da komme ich schon ach so hatte ich traue mich weiter der wohl darüber vielleicht ist da auch was nicht wirklich menschen rumpels dauernd warum rumpels dauernd scheine aber ich traue mich nicht weiter scheine aber weiter zu sein laden wir mal die gesundheit drauf ach weil er oben warum rumpels denn hier dauernd ist dann käse ding da alles nutzt mir jetzt auch nichts da komme ich mit tester das will ich nicht geht nicht her jetzt vorführer mein controller spinnt da nähe da hinten rum oder ich will nicht mehr das ist sich das dort noch zum spaß so jetzt muss es aber reichen ich traue mich nicht da ist wieder so ein blöder hebel nee das brauchen wir jetzt lieber nicht weil da geht es jetzt anscheinend zum waffelraum oder waffelraum 21 m was ist denn das alles hier ach komm das nützt mir alles ich bräuchte irgendwas womit wir die dinger umhaben wenn ich die netz erholen kann ich den herrn nein ich komme damit kommen und wie musiken dahin da und ach da runter ach und da kann ich den netter und den kurs so weit geht es jetzt darunter schleich was passiert dann da da drinnen auch kack da drin noch der oder muss ich da aber nicht den hebel ziehen oder wie da ist aber einer drin wie sollen dort sein sokol auf 16 meter 8 kack wenn jetzt das wort irgendwie ist das noch eine möglichkeit vorausgesetzt denn das elektro schocker funktioniert und nicht gerade eine gnade finde den elektro schocker toll und da kommen sollte den leckern scheiß jetzt gehe ich noch mal auf worte dann zieht mich da und dann sieht mich der da sortet speicher ich mal und blablabla finde den was was für ein ding warte töte aha oder finde eine andere möglichkeit findet den elektro schocker der das gedächtnis und blablabla eine nicht tödliche ansatz versuch zu wenige caso durch das ende optimistisch toll ach wo ist der lektor schocker muss ich doch jetzt irgendwo sehen wo ist denn das sparen das ist sokolow 18 meter und wo ist jetzt der drecks elektro schocker ich will nicht mehr muss dadurch wahrscheinlich oder hilft alles nix wo ist denn der markierung und der drecks markierung da ist nur der sokolow komm 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 ich da nicht durch oder wie komm ich da nicht drauf komm jetzt gehen wir da rauf jetztкую anschauen jetzt habe ich denn oben wo ist denn der oh oh wo ist denn der Ich will nicht mehr, ich will nicht mehr, kack, ja, aber die schlagen Alarm, ich muss sie wahrscheinlich jetzt, hier tun wir wieder speichern, komm, ich kenne mich null aus, wo ist denn jetzt der Drecks Elektroschock und wo ist der andere jetzt wieder, der hoppt da drin, oder wie, was passiert jetzt hier, ach da ist wieder, warte, komm ich da nicht durch, Labor, ja, 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 leckt mich, komm, Huh, wie kann ich denn das Ding jetzt ausschalten? Warte, äh, das Knochen, äh, muss ich mich jetzt da unsichtbar machen, warte, ah, das war immerhin schon mal, ein Dings da, was für eins, da ist das strecksrote Kabel, ah, nee, warte, Speichern, was war denn das für ein Ding da, vielleicht nützt man das jetzt was, haha, Knochenartefakte, Ausrüsten, was haben wir denn, ah, du gewinnst leichter mit keinem Schwerter, machen wir vor allem wieder, ich gebe dir ein Mann, Etwas hier schaden, du wiegst dich beim Schleichen etwas schneller, Am Töten von Blutwegen oder Ratten hältst du Manna, Ohrkrepiere, Tun wir das mal ablegen, ich muss mal schauen, was da, was war denn das, Flinker, wie ich sich mit weggeschätzt machen, Leiterhöht, Nahrung stellt, mehr Gesundheit wieder her, Dagegen, das machen wir, keine Ahnung, Geist, du regere, Unterwasser, ach komm, Äh, 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 du kack, Warte, du bewegst dich beim Schleichen etwas schneller, Nahrung stellt, mehr Gesundheit wieder her, Ich kann nicht mehr das mal, komm, das ist ja scheißig, Ach komm, Ah, Ich muss das Drecks Ding da irgendwie abschalten, Was ist denn das immer für ein Zeichen hier, Da, Labor, Achso, Ach im Labor muss ich das optionale Ziel da, Achso, Äh, Find ich den Lektor, Ist der im Labor oder wie? Ne, Dann muss ich ins Labor erst, Ach komm, da komm ich ja nicht durch, Da, Da komm ich nicht durch, Da ist der Dreckskasten, Da komm ich nicht durch, Warte, Speich, Komm ich da mit dem schnell weitreichen durch, Warte mal, Ah, Ich krieg ja viel weh, Speichern und now weitreichen, Nein, Ja, Ja, Komm nicht nicht, Wie komm ich da durch, Ich komm ich nicht durch, Ach komm, Ah, Kaffeepause, Das ist ja das Spiel, Macht mich jetzt fertig hier, Wie soll ich denn da durchkommen? Gewicht, Rausen, Warte, Ah, Ne, Rausen, Ne, Ich krieg's leh, Abschießen, Kann man das Fett abschießen oder so? Na, Boah, Ich kann da nicht durch, Ne, Ne, Und das kann man auch nicht irgendwie ausschießen oder so, oder? Ach, ich lieg nicht mehr! Dann muss ich da irgendwie durch, Da hilft die zwei nichts! Was macht das da? Gar nicht, Gar nicht! Da! Nicht! Den haben wir! Da müsst ihr da irgendwie durch, Warte! Na, Ich will nicht mehr! Ich sammle jetzt nur noch Zeug! Witzig! Komm, Jetzt muss ich das Ding da, oder? Ne! Wenn ich denn, Was passiert, Wenn ich das Ding mach? Dann geht's da wieder auf, oder? Hä? Was machen die? Sind das Liebe? Wissen Sie, Wie ruhig ich auf dieses tägliche Wartekabel? Lassen Sie uns in Ruhe! Oh, Ne... Wir sind die! Und was haben Sie getan? Dann... Muss ich den Hebel da unten? Also, da... Da komm ich nicht weiter da hinten? Da? Dann muss ich da irgendwie durchkommen? Ähhh... Ich gehe kein viel weh... ach komm da unten war doch noch ein hebel aber da kommt dann der böse was passiert hier aber geht die tür auf genau bin ich da drin da läuft dann kommt ja da muss ich aber durch 16 meter auch wenn ich da drauf gehen dann geht die tür auf oder jetzt muss ich durch das ding durch doch ach nee durch das ding durch scheiße dadurch ach scheiße das ist hier so ein ding da da komme ich ja nie hin kommen wir hin genau da drin ob der akk warte dahin und jetzt aha geht es so zwar auch nicht ich müsste den irgendwie ausschalten da komme ich ja jetzt wäre ich schon fast da gewesen oder freunde fünf minuten haben wir noch toll da komme ich nie durch entschuldigung jetzt hole ich mir gleich ein cheat jetzt mache ich nicht mehr trainer hat er da gespeichert die sau tatsächlich ich muss da drauf klatschen und dann geht die tür auf dann kommt aber der idiot oder auch nicht da muss ich rein da ich muss den idiot ausschalten da hilft alles nichts kann ich die netz umhauen warte moment ja kaufprotokoll 6 das geht noch mal raus das schockt der da drin wenn ich jetzt noch mal ziehe dann geht es wieder auf und jetzt was kommt der kann sich der nicht selber erschießen ich müsste den irgendwie was macht er denn jetzt doch was macht er jetzt was macht er denn kann sich der jetzt nicht selber zerstören oder so oder kann ich den nicht irgendwie zerstören was macht denn der idiot ich würde den gern zerstören da oben kann ich da oben drauf ach so ne da komme ich nicht auf maschine hat kommt verloren ach komm da komme ich doch nie durch muss aber dadurch oder und da oben komme ich ja auch nicht durch warte mal da kann man das nicht sprengen irgendwie da oder unten ist der irgendwo da komme ich nicht da ist er oder da so cool da hängt da drinnen da ist er und wie komme ich da rein ja wenn man das noch mal ein erklären könnte da da komme ich auch nicht weiter mit dem scheiß kann man das jetzt sprengen warte wenn ich das sprenge tun wir da noch mal speichern und wenn ich da jetzt so eine mine drauf schmeiß oder so äh spiel laden ach komm jetzt hole ich mal ein cheat ich komme noch da nie durch oder kann ich den roboter sprengen das müssen wir vielleicht auch mal probieren machen sie nicht spiel da geht es aber auch gar nicht weiter wenn ich da mit dem scheiß also ich muss das geht aber nur auf wenn ich da auf der platte stehe da geht der idiot und da da ist der da ist er retten naja wie soll ich denn den retten ich muss zuerst den anderen da wegkriegen da komme ich aber hinten nicht raus oder irgendwie oder so da muss es da im dreck nichts mit zu sehen wie komme ich denn da durch ach komm ich will nicht mehr da komme ich nicht durch da komme ich jetzt naja gut irgendwie müssen wir da durch und da komme ich auch nicht weiter oder da geht mir das da geht mir das auf wo komme ich jetzt da wieder hin ach so ja mach ich ja wer sind sie und was haben sie getan ich wäre schon längst über alle berge aber ich brauche was ja vorgetan haben hören sie auf da haben wir sonst nichts da haben wir sonst nichts da haben wir zu ich muss da durch verdammt kann doch nicht sein also muss ich da durch ach komm ich will nicht mehr ach geh ich hole mir jetzt einen cheat weil ich mag nicht mehr wenn ich da jetzt drauf gehe dann geht das dann kommt der idiot oder auch nicht wo ist er denn jetzt ach wo muss ich jetzt auf das ding ach da ist der ach nee ich muss irgendwo da nicht da nicht da da ich weiß jetzt wie komme ich denn da rein wie komme ich denn da rein wie komme ich denn da rein wie komme ich denn da rein, Freunde hä da nochmal da rein da rein da rein ah scheiße jetzt warte soll ich jetzt speichern warte speichern wo muss ich denn jetzt hin freunde freunde da ist schon klar aber wie denn das kann man da machen da hin ich bin drin aber das nützt mir jetzt nichts oder so jetzt habe ich den aber hilft mir das irgendwas die muss ich jetzt retten kann das sein ist das die junge emily cold antoll sparen sie ihre kräfte ich bringe sie her ach scheiße ich sag jetzt nicht ne das wäre das ende ich werde djindash bald besuchen alter freund genau kommt derzeit wenigstens irgendwie irgendwie rungenschaft reingeschaltet tragen die sage dass ich den daraus sagen muss ach da ist war warte da sind platte gut ich habe immerhin das wollte ich sonst kann man hier nichts machen warte ich speichere ich mal komm ich bin schon ganz nervös jetzt haben wir aber schon wieder 15 wir haben schon wieder eine halbe stunde gespielt jetzt warte gespeichert habe ich oder nochmal speichert jetzt ist sowieso eine kurze pause machen gut machen wir kurze pause und ich muss den jetzt rausschleppen oder wie warte was sagt mein tagesprotokoll finde rette ach rette bla bla finde eine andere möglichkeit töte ich musste ihn jetzt töten den anderen heini haben wir gefunden na gut das machen wir da in der nächsten folge also bis dann tschüss